Hey Leute, ich bin's, MacPaperick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr Sneakersocken richtig platzsparend falten und zusammenlegen könnt. Im ersten Schritt legt ihr die Sneakersocken dafür übereinander. Dann faltet ihr die Sneakersocken zur Mitte. Und nun müsst ihr nur noch ganz einfach hier das untere Sockenpärchen nehmen oder Stück nehmen und die Socke dort reintun. Schon ist das Ganze schön gerollt und platzsparend. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaperick.